Hier ist Finest Selection OLD mit Therese wiederum für das Dressur für den Leistungszentrum Lotzberg. Dieser Sohn des OLD, der Anschlusssegen aus einer Laubes-Cosella, Donnerhall Mutter. Hier ist Max da geworden. Nur noch mal kurz die Karrierenwege, Dressur für LAA und Sportherprüfung im Pferdjährig 8,74. Hier Landesschämpion, dann Bundesschämpion, habe ich gesagt, dann in Adelheidsdorf im Test 9,29. Und aus dem ersten Jahrgang gleich hier bei der Vorenoption, die Vorenoption, natürlich mit begehrtem Nachwuchsvertrieb. 1B, Horvath-Regel, Sieger im vergangenen Jahr. 5-Jährigen im Jahr steht für ihn Sporttest. Auf L-Niveau. Und dann natürlich auch die Bundescheinplatz-Qualifikation. Das heißt, im Training geht es jetzt an die beginnende Versammlung, sich zu erarbeiten. Und dann auch das geschieht nicht, indem man langsam erweitet, sondern eben immer wieder diesen Wechsel von frisch nach vorn und dann wieder ein bisschen zurück, dass das Hinterbein immer schon schnell weiterspricht. Das Pferd verwehrt ein Balance, gewinnt und dann prüft dann dieser Balance. Erster ist dann der Außenverwand, den dieser Bundeschämpion hier ganz sicher und selbstverständlich schon durchhält. Als der Großvater der Donnerheilstudie, Dübari, gibt es eines internen im Jahr 1 erfolgreichen Valachanamus. Das Laudorn, also auch die sportliche Kombinente, ist hier in diesem Unterstamm abgesichert. Ja. Ja. Hopp, also auch hier. Und dann wieder links. Und dann sofort sein überragender Schritt. Und auch hier wird das Pferd zufrieden, innerlich und äußerlich losgelassen. Und das ist das, was dem Alter ein gutes Gefühl vermittelt. Und das ist ja auch das, was das Zuchtprodukt später dann leisten soll. Ob es den gleichen Weltmeister wird, das weiß man nie. Aber wenn es ein Partner für einen Menschen wird, der ein gutes Sitzgefühl gibt, der die notwendige Grundqualität in den Grundgang abgeben bringt, dann hat man als Züchter auch schon mal ganz viel richtig gemacht. Dann hat man die richtige, die feine Selektion bei der Hems-Wahl gezeigt. Fun ist Snatch-O-L-D. Fünfjährig. Ausnahmung. Der Fehler dann mal kurz weiter. Und dann weiter, herrliche Arme, mit Therese, Feines Selection für Lockwerp.